ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind CT, wir sterben die ganze Zeit Wir sind 4-1 Und du bist der Russell Schnell auf A rauf Bevor ich hier User Maschine Keiner, schaut von euch Noch einer, das ist noch einer Hier ist noch einer laugen Alex Er bleibt laugen, alles gut Er hat mich, ich bin in den Eck Ich komm nicht raus Warte bis die kommen, macht nichts Oh, Vorsicht Oh shit, Digga Weiß ich nicht Hey Jungs, kann jemand droppen? Da, da, da Was Digga, du hast abgeladen Jungen Digga Ich hab immer die beiden keine Granaten zu kaufen, deswegen Ey, die sind beide rechts drinnen Beide auf B Röse, ne One is going long Oh, schönes mit Füßbrett, Digga Oh, Hüße Oh, direkt Ich muss euch Nein, Digga Doch, er ist 5-B Richtung B, von Double Dose, CT aus Hier ist er in der Ecke Ich glaub der ist down Der ist down, der ist down Nein Der ist down, die ist mit Digga Oh, Tunnel immer noch Tunnel Schön Ey, wir müssen B Jungs, Walla, Villa Digga, das ist doch Er müsste long sein Ja Hüße, was machst du da? Aber mit, aber mit, go shot Kannst du dich dabei laufen? Oh mein Gott, jetzt sieht er das Er hört sich Er hört sich Er weiß ganz genau, wo du bist Er hört sich, Digga Oh, 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 oh Einfach besser Ey Bruder Noch einer Oh, da war noch einer Rein, 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 rein Ganz, alle raus, alle raus Ey, einer ist window unten Window und Double Dose Und so ne Schreiber Alter Digga Ey, guck mal hier, hier kommt einer Oh, besser, 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 besser Hahahaha Er wusste Digga, also Jungs, dass ich mit 56 Hier als zweiter bin Ist schon crazy Für mich war das die beste Runde je gemacht Hahahaha Junge, sollen wir jetzt mal einer Diesen SSG-Skin kaufen? Das war der Scheiß Wer kauft den Scheiß SSG-Skin? Junge Für wie viel? Drei Euro Drei Euro Wie viel Stani-Preis? Vorher ist er für... Achso, ja, auch so Auch so, ne? Zwei Euro und 20 Hahahaha Nein Zuletzt geht er für Drei Euro Wenn er praktisch jetzt so Versamm kostet so Bruder, du weißt Hahahaha Bruder, du weißt Ich muss PC anmachen, kostet Stroh Ja, sagst du Internet, kostet Hüsam, hast du AK-Skin? Nee, ich glaub nicht Willst du einen haben? Hahahaha Geschenkt? Gerne Ja? Ja, ne? Ja, ungefähr Ich hab noch hier einen Muss ich den irgendwie annehmen Oder wie läuft das? Ja, ja, ja Ja, er muss Hannelsvorschläge Hannelsangebot Annehmen Gleich sagt er auch Gib mir mal die Kisten dann Hahahaha 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 Ist nur fair Hüsam, ist nur fair Hahahaha Ich hab dir doch auch die AK geschenkt Bruder Hahahaha Kannst du mir nicht auch Boxen schenken? Hahahaha Und eine hat best die andere Hahahaha Und du weißt doch wie das ist Hahahaha Bevor ich mir jetzt Boxen kaufe Ich muss mir den Schlüssel holen Plus du kriegst sogar noch einen Kinderfil Hahahaha Verstehst du? Du wolltest doch schon mal das AK-Scan haben Hahahaha 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 Na so Digga Genau so Hahahaha 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 Sag mal wie wir annehmen müssen Hahahaha Ja Bruder schenk doch Hahahaha Ja Bruder ich guck grad Hahahaha 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 Vielleicht soll ich noch warten. Jawoll! Guck mal, was für ne Wertung die alle haben. 4.000, 4.000, 4.000. Wir werden nackig gemacht. Wir werden richtig nackig gemacht. Das wird ne zu Null-Runde hier, sag ich euch. Warum wir zu negativ? Ich weiß noch nicht, Digga. Dennis hat mich kurz angesteckt, hat kurz gehypt. Naja, das mit dem nackig machen, das war ja noch so leicht. Ja, aber weißt du, das hat mich noch angefixt. Du hast so einen Hype gemacht und dann... Du hast mich so ernst angehört mit dir. Oh, verdienen! Yeah! Also... Ah, oh mein Gott, natürlich. Nein, ich kippe Tavis Hedge! Spielst du nicht mit Ton, Digga? Hast du dieses Test nicht gehört? Ein Kill, Davis, ein Kill. Oh, what the f... Ich hab so viel verlangt, Davis, es tut mir leid. Einer kommt gerade. Plant, 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 plant. Wirft Smokes, wirft... Brandgranaten, wirft... Einer kommt im Tunnel, Davis. Oder Alex. Ey, da kommt eine Mitte. Zwei, zwei. Ey, Bruder, da ist einer On-Spot. Sehr schön. Easy, Jungs! Digga, was für All-B, Digga, wenn bei Long eine Granate reinflettert, Digga. Also da bin ich ja schon wieder enttäuscht. Da bin ich enttäuscht von den Calls von Alex, Alter. Gehittet, los, 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 los! Davies! Jawoll, Digga, Maschine, Davies. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah! Dennis, Davis. Höhen Dennis, Messer in der Hand halten. Hey, was? Ey, was? Warum... Teut doch keiner bitte mal was, Digga. 3B, äh, Long. Digga, B is there, Digga. Einfach 3B, 3, 3 Long, Digga. Oh mein Gott! 30 Sekunden noch. 2 Leute. Lauf dahin, zu long, Digga. Yeah. Ja, ja. Oh nein! What the fuck! Kann ich mich nicht mehr bewegen. Komm, 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 rush, 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 rush! Geht B, geht B, geht B! Ich hab ne AWP! Ich brauche! Ich flash rüber, Alex, guck nicht! Ey, ich brauche ne Waffe, ich schweiß mir die Waffe zu. 1,5, Jungs, ein zweiter, Digga. 1,5 und ein zweiter, Platzen, der dritter jetzt. Digga, was ist das für ein Ranking hier, Digga? Es geht immer nach Schaden. Wie viel Schaden du den Leuten gemacht hast. Weil sonst ist es ja immer so, einer kann den letzten Hit machen und dann ist er immer erster, weißt du? Mh. Hockt ja auch nicht. Auf einmal... Dann kannst du auch sehen, dass du crazy viel Schaden gemacht hast. Ey, wer drückt mich hier, Digga? Wer ist das für ein solcher Peach, Digga? Wunderbar. Keine Ahnung, warst du das, Digga? Nee, Alex war bei mir. Ich glaub, das war der Random, ich weiß aber nicht. Wunderbar. Pit, Pit. Ey, Bruder. Digga, was? Digga. Ja. Transport ist der letzten. Können die kommen, vielleicht? Mitte kommen welche? Und Mitte? Oh mein Gott, Digga, ich bin so schl... Oh. Was los auf den Jibau hier? Keine Ahnung, wo dahin ist, ey. Und 16k, Digga, ich hab so viel Geld, Digga. Oh, weißt nicht zu doll, Bruder. Man kann, weißt du, dass du hörst, du fliegst, man kann auch tiefer fallen und so. Weißt du, checkst du? Mhm. Ah, da ist einer durch? Jo, danke. Nice, süß an. Aber erst durch deinen Call. Hier? Oh mein Gott. Ah, Digga, er sagt doch, dass er Pit ist, wenn er... Nee, ich war geblendet, ich muss jetzt zurückgehen. Warum bist du, ey? Wer? Ja, du, du hast gerade gesagt, ich dachte, da guckt jemand. Oh, hier, 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 hier. Oh mein Gott. Direkt vor dir, ey. Oh ja, Digga, da unten. Digga, du hast 10 Kills mehr, Davis, aber nur 15 Schaden. Mehr als ich. Hehehe. Hehehe. Fulong, Fulong. Pika. Wir haben uns gehört, Digga, als wir von hinten kamen. Echt hinter dir, der rushed. Hei, hei, hei. So, Jungs, jetzt mal ein bisschen mit Taktik her. Wir haben die richtig schön mal ein paar Runden gef***t gehabt, aber jetzt haben die... ...ja, die... ... 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 kann so nicht funktionieren. Hier kommt B. Was mit Davis? Alle B, alle B, alle B, alle B. Digga, er gibt mir natürlich auch einfach mal einen straighten Headshot. Warum ich schon verleine den B, Jungs? Weiß ich nicht, du bist halt der Idiot, der B gelaufen ist, ne? Wer ist da auf K? Davies. Davies. Adio! Nein! Oh mein Gott! Wenn du wohl Alex geschrieben hat, auf K, Digga. Digga, der war da schon mal. Was glaubst du? Oh! Oh! Oh mein Gott, die kommen long, die kommen long. Einer ist durch. Alex, da kommt einer schon. Oh mein Gott. Ich sag mal, was, was ... ... ich sag mal, was ... ... weil ich glaub, was ich gerade ... ... hab davor schon. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter! Nein, er war fast tot, Digga! Oh mein Gott! Einer ist direkt unter euch, quasi. Direkt vor euch unten. Ja da. Da ist einer links in der Ecke, Digga. Einer saa... ... oah einer ist links in der links in der Ecke. Dennis sah nice aus. Fünf Kills Mimisch. Und nur einen Schaden weniger als unser Spitzenreiter. Und mit 14 Kills die wenigsten Schaden. Das ist schon crazy. Mimisch macht auf jeden Fall gut Damage für seine fünf Kills. Und den Moveins sind alles am Abstauben. Hey, nur weil ihr eure Sachen nicht zu Ende bringen könnt, kann ich doch nicht so viel. Flash und geht direkt raus. Stark. Oh mein Window, da hängt der Dinger. Er läuft die Bombe. Nein. Ich komme. Ich komme. Oh, Power Ranger Blake. Nein. Ich gehe weg. Davis, Junge, lass mich kämpfen, Dinger. Man, Davis, Dinger. Du hast mich voll geblockt, Dinger. Nee, aber gerade eben nicht, Dinger. Ich bin der Fein, du schießt direkt vor mein Gesicht, kann ich schießen. Hat Jesus jemand gesehen? Ich wollte Short hoch. Ich hab gesehen, da kam jemand. Ja, push dich, Davis, ne? Ich dachte, die geht auch nicht. Mach mal, mach mal Terrace Savings. Oh, beide oben drauf. Letzter oben drauf. Dennis, Maschine. Dennis, chill. Nein. Ah, ist onside. Genau, onside. Zwischen den Kisten. Mach schnell, sonst schaffst du nicht mehr. Oh, ne. Was? Deine letzte Runde, ne? Short, 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 short. Hast du Beine gebrochen, Dinger? Weißen, short, short. Hast du Beine gebrochen, Dinger? Weißen, short? Weißen, short? Hast du Beine gebrochen, Dinger? Alla. Onspot A? Dennis? Junge, ich muss, ich hab grad im Discord, Dinger, ich frag mich, warum höre ich die ganze Zeit Sound doppelt, ich hatte die ganze Zeit einen Stream von jemanden an. Die muss ich grad den Stream erst mal ausmachen. Ja, ich hatte von dir auch die ganze Zeit für uns Sound. Ja, ja, ich frag mich, warum, Dinger, ich bin in diesem Pit und ich höre hinter mir rechts Fritte, das kann gar nicht sein. Viel Minus. Ja, Jungs, ich sag mal so, jetzt sind wir warm, ne? Jetzt sind wir warm. Ja, oder, oder, hear me out, ich bin mir arsch. Jungs, nicht so viel auf einmal, nicht so viel auf einmal. Give me my money. Yay. Give me my money. Yay. Jetzt so höchsam. Nee. Ich bin doch nicht dumm. Guck mal, schon ein cleveres Börschchen, ne? Oh ja, oh ja. Ich kenn doch die Bank des Vertrauens hier. Es ist Vertrauen ganz klein geschrieben. Sind gar nicht, alle drei Buchstaben sind großgekriegt. Auch nicht, wie man's macht, aber... Aber auch nur auf dem Papier, Dennis. Ja, nee, das ist auch so schon, ne, das ist so ein Handschlag, weißt du. Das ist so ein mündlicher Vertrag. Ja, nee, Alex, nimm das zurück. Nimm das zurück. So, Jungs. Nee, Junge, das ist jetzt dreist, dass du wirklich darauf gewurzt hast, ne? Müsst du mal kurz gucken. Jungs, wir spielen immer Dust, ey. Reicht doch irgendwann. Nee, CSGO steht nur Dust. Das ist einfach so. Ist so. Wir kenn die Colts da. Für außenstehende CSGO, Dust. Weißt du, wie lange Dust schon existiert? Das ist Virage. Dust, guck mal, Dust5 war. Nein, 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 nein. Warum macht ihr das? Oh, der Gegner ist auch Verräter, Digga. Junge, triffst du auch mal? Ja. Willst du noch näher kommen? Sicher, sicher. Okay, okay. Okay, Arne. Okay, Digga. Mein Magazin ist jetzt alle. Beruhigt hab ich mich nicht. Old Messing. Also, Diegel noch nachdenken, oder was? Diegel, Diegel. Diegel. Diegel, Diegel. Diegel, Diegel. Diegel. Diegel, 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 diegel. Diegel, 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 diegel. Diegel, diegel. Okay, hey, okay. wag dich, brate, Abigail, wie bist du eine solche frust Journey? Let's go. Nein, ich war drauf, Digga. Ja, Deniz, ja. Ja? Ja, ja? Ach, Digga, nix da ist drauf, nicht ein Einzelner, Digga. Ja? Du bist ein Schnauz, Digga. Nein, ich dachte. Das ist ein Schnauz, Digga. Er sagt, er ist rassend aus. Ich hab' gesagt, ich hab' gesagt, geht, warum stehe da? Er sagt, er sagt... Jo, er ist einer, der zu viel redet, Digga. Wir sollten rushen. Warum steht ihr da so Scheiße? Ja. Keiner rush. Alle sind stehen geblieben. Ich schau das, Eliche. Dafür so was mache ich, Eliche. Ey, willst du was rumbe? Ja, lass rushen, Jums. Oh mein Gott. Ey, da sind zwei, Digga. Zwei sind Tunnel, B. Shorts ist einer. Lower Tunnel. Oh mein Gott. Das ist der einzige, der gewissen macht, ey. Die wissen, Digga, die wissen. Ja. Ja, natürlich. Ach man, Digga, diese Runde startet ja genauso geil. Boah, was? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Das war so knapp, Digga. Ey, das war so knapp. Ich hab' ihn schlicht gegeben. Mein Messerwesten herstellt. Arbe. Jo, Digga, so ne Arbe, ne. Nach viel Losers kann man sich das mal gönnen. Oh mein Gott. 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 Ich lebe das mit Colts. Aber das sind Colts, die brauchen wir. Digga. Digga, so kack, ne. Also wirklich. Können wir das bei, können wir das mal rendern? Ne. Nur wenn einer rausgeht. Wir können ihn auch kicken. Digga, er muss nur eine Feuergranate schmeißen und er raus. Ja. Eigentlich schon. Er hat uns schon so gekillt. Einen dritten. Und dann ist Peek da selber raus. Hat er eben schon eingekillt? Er hat uns beide gekillt. Er hat uns gerade bei der Edge abgegeben. Direkt am Anfang. Oh. 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 Wir hatten beide AWP, Digga. Louis, gehst du da? Beschütz mich! Ich hab die Bombe! Digga, ey. Oh. Digga, ey. Davies guckt 30 Jahre zu, Digga, wie noch das ich sterbe. Digga, ey. Ey, Bro. Ich dachte eigentlich, du kriegst die deswegen. Ja, hab ich auch gedacht. Weil du ja schon hinter ihm warst, dachte ich... Aber voll veraimt, Digga. Ja, dann... Da musste ich einschreiten. Jungs, das war die erste Runde, die viel gewonnen haben. Ja. War noch mit auch im Krach, ne? Nicht ganz rechts. Ich bin noch nicht, Digga. Lass mich hier durch. Lass mich hier durch. Lass mich hier durch. Boah. 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 Und wieder flawless ge-t worden, Digga. Ey, Digga. Was? Er ist upper mit, Digga. Einer, Jungs. Kommt jemand lang? Ja. Schaut, schaut. Oh, fast Lace gemacht, Digga. Also diese Runde habe ich echt keinen Anteil an. Ja, ich bin direkt gestorben. Pass auf, Davis. Ich flash. K. Oh mein Gott. What the fuck. Schaut und Double Doze waren die letzten. S2. Der ist Double Doze. Letzter Schaut. Nein, habe ich Schaut gekillt. Der ist Double Doze. Geh durch, geh durch, geh auf A, geh auf. Voila. Ja, ja, ja. Der war da gerade. Der hat dich fast getroffen, Digga. Mit seinem Auge. Ja. Ey, jetzt musst du ne Smoke auf dich schmeißen. Auf dich ne Smoke. Und wenn die Smoke weg ist, wirfst du Feuergranate auf die Bombe. Bis dahin schafft er die Bombe nicht zum Chef. Pass auf, unten auf, dass er nicht unten kommt. Links, links, links. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da hörst du es. Hier hört es zuerst. Aber die Smoke, David, das ist ein dickes Fragezeichen. Ich wollte long gehen, Digga, damit... Aber jetzt doch trotzdem die Smoke auf die... auf die... Ja, wäre er Short gekommen, dann hätte er das ja nicht direkt gesehen. Hätte er die Bombe... Aber dass er echt noch mal long kommt, ist crazy, ey. Ja, Digga, so schnell. Hör auf mein Call. Ich flash. Da ist noch einer. Da ist noch einer beim K. Das sind zwei. Ey, Junge. Ich habe genau eine Flash in meine Fressen bekommen. Bombe, Bombe nehmen und A. Bombe nehmen, Dennis. Töt dich. Nein, das ist... Nein, das ist... Nur noch so ein Ding, so... Zwei gegen ein. Und nicht so zwei aufsehen. Eins gegen ein Halb. Hey. Habe ich ihn gerade Short gehört? Ah, weiß ich nicht. Oh. Ah, Anlake, Digga. Junge, warum guckst du? Guck mal, jetzt. Er geht schnell defusen. Er läuft die Bombe, er läuft die Bombe. Er geht schnell defusen. Lauf der nicht. Ja, aber wieso ist Dennis da draußen, Digga? Er wird defused. Warum guckst du? Du gehst bei der Bombe. Ach, Digga. Aber man... Hä, Digga, wenn wir so zwei gegen eins spielen, warum dingst du denn nicht? Um... Covern wir nicht beide die Bombe. Ja, wollt ihr aufgeben, oder nicht? Nein. Wir machen das, Digga. Noch mal ein paar Steps, Davis. Oh, oh mein Gott, Digga. Hier, hier, hier. Hüster, hinter dir, Hüster. Digga. Ey, mit, lass B, lass B. Ja, toll. Toll, 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 toll. Acht, vier, hm, naja. Könnte man machen. Jo, Hüster, Digga. I'm sorry, Digga. Hier ist rückwärts, Digga. Hinter dir! Ja, weil du warst ja da, Digga. Ich dachte, du kamerst die. Ja, ja, aber... Lass dich mal richtig dreckig abcappen. Ich stehe so, dass er mich nicht direkt sehen kann. Das ist so halt, ne? Ja, zwei A, zwei B. Jetzt capen, komm. Rush mit. Digga, ich sag, lass capen, Digga. Erl sagt Rush mit. Zwei Leute Tunnel, zwei Leute Mitte rushen. Einer von uns wird auf jeden Fall Gegner entdecken. Ich sag, zwei A, zwei B. Sabe. Wer will, wer will wohin? Tunnel? Wer geht Tunnel? Ich gehe... Ich gehe B. B, Tunnel? Ich gehe A, K. Ich verstecke mich da. Ich verstecke mich da einfach. Davis und Dennis, ich gehe Tunnel. Ja, Alex, den geht du long. Den geht in Long oben. Also Onspot. Nein, ich gehe long, Digga. Durch die Mitte. Wir beide gehen Mitte direkt. Du willst durch die Mitte gehen? Ja, gerne. Ja, wir pushen, Mann. Ja, wir pushen. Damit rechnen sie. Ich sag, es gibt gleich einen Vierer. Vierer Headshot, Digga. Ja, ja. Dann fördern wir einfach nur den Loop drüber, ja. Nein, Jungs. Mach. Vertraut mir. Wow. Diese Moves. Komm, Digga. Komm her, Digga. Komm her, Digga. Komm her, Digga. Komm her, Digga. Hör was? Hör was? Hör was? Hör was? Hör was? Hör was? Diese Moves. Ja, das ist doch sexy. Aber jetzt ist ein 4 gegen 4. Vielleicht haben sie deswegen die letzten rausgekickt. Machen wir das jetzt? Wir machen das jetzt. Oh mein Gott, da kommen die, da kommen die mit. Ich geh nicht Mitte, Digga. Ich betone nicht. Aber wir hätten gewonnen, dann hätten wir Mitte gepusht. Ganz klar. Alex hat ja Angst gehabt. Ja. Dann wäre dann ein Selbstläufer gewesen. Richtig. Einer K. Einer Stimmshandel. Einer K. Digga, mit dieser Waffe. Digga, also. Es wird Zeit für Deagle. Deagle Round. Deagle Round. Aber diesmal einfach nur halten. Einmal saven. 2R, 2B. Ja, ich mach K. Spot. Ich save da einfach. Also bitte Wackhalter. Doch. Alex, was machst du da? Es ist B. B. Einer B drauf. Draußen bist du noch. Die sind B Jungs. Oh mein Gott, Digga. Einer direkt auf B. Einer hinten in der Ecke rechts. Jawoll, der ist so. Genau auf B ist er drauf. Da, ja. Genau da Hüßamt. Genau da unten ist er. Rechts hier? Ja, ja, ja. Guck da hinten schnell. Unter Window. Diffuse einer. Was? Digga. B, Flash. B, noch eine Flash. B raus. Oh, er campte direkt unten rechts ab. Ja, ja, ja. B, haben die geplantet? Ey, Onside direkt 2. Onside. Schön, 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 schön. Du schneid. Du schneid. So war die einfach. Voll lang, ja. Voll lang. Ich schneide oben auf, Alex. Schnell oben auf. Digga. 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 Was? Digga. 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 Oh. Mein Gott. Digga. Es ist long. Einer B. Das ist gut. Die Bombe ist long. Die Bombe ist long. Okay. Long, 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 long. Komm, long, long. Oh, beide sind Onside jetzt. Beide gehen Onside. Ja. Oh, es ist noch ein dritter. Es sind drei Leute insgesamt. Oh mein Gott. Guckt einer wahrscheinlich schon. Die, 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 die. Komm, short, short. Short, short. Was denn denn ist? Digga, wie? Äh? Digga. Nein. Nein. Das war super schwer. Weg liegen gekommen. Mein geiler 3 Los ist alle im Vergleich scheiße. Ja. Ja. No, genau. Ja. Du. Wie hast du gesagt. Was ist das?